Die schönsten Menschen Die schönsten Menschen, die ich kennengelernt habe, sind diejenigen, die Niederlagen erlebt haben, die Leid, Schicksalsschläge und Verlust erfahren haben und die es dennoch schafften, immer wieder ihren Weg aus der Tiefe heraus zu finden. Ihre Erfahrungen gaben ihnen eine Wertschätzung, eine Empfindsamkeit und ein Verständnis vom Leben, die sie in Mitgefühl, Sanftheit und in tiefer Liebe auf andere Menschen hingehen lassen. Ein schöner Mensch wird nicht geboren. Ein Mensch wird schön, durch die Kraft, sich über seine Tiefschläge zu erheben und daran zu reifen. Elisabeth Kübler-Ross Ein Mensch wird schön, durch die Kraft, sich über seine Tiefschläge zu erheben und daran 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 zu erheben. Ein Mensch wird schön, durch die Kraft, sich über seine Tiefschläge zu erheben und daran zu erheben und daran zu erheben und daran zu erheben. Ein Mensch wird schön, durch die Kraft, sich über seine Tiefschläge zu erheben und daran zu erheben und daran zu erheben und daran zu erheben.